Heute ist Karneval, heute ist Maskenwald, heute will ich tanzen gehen. Ich seh mein schönstes Kleid, ja wohl, ich mach mich heut auch ganz bedonder schön. Dann geb ich Tanzmusik von Johann Strauss und heute komm ich morgen sehr früh erst nach Haus. Heute ist Karneval, heute ist Maskenwald, heute hab ich noch was vor. Heute möcht ich, heute möcht ich, heute möcht ich etwas erleben. Vielleicht mit mir, Fräulein Anni. Heute hätt ich, heute hätt ich, ein Stückchen Herz zu vergeben. Wirklich, Fräulein Anni? Ich möcht tanzen, ich möcht lachen, ich möcht ganz was färisches machen. Ah, ich auch. Heute möcht ich, heute möcht ich, wunschlos und Sorgen frei sein. Spüren möcht ich, dass das Glück mich packt, ich vergibst du's packt, ich vergibst du's packt. Heute möcht ich endlich mein Röscherl haben, vor der Liebe und auch vorbei. Philipp, sagen Sie, Philipp, was treiben Sie da eigentlich? Glauben Sie, Sie sind auf einem Eislaufplatz? Kommen Sie lieber, wenn ich leute. Aber gnädige Frau haben gar nicht geläutet. Doch, ich habe geläutet. Gnädige Frau haben nicht geläutet. Ich habe ja geläutet. Verzeihung, dann habe ich mich geirrt. Also ziehen Sie sich an und holen Sie das Automobil aus der Garage. Sehr wohl, gnädige Frau. Hanni! Oh, Verzeihung, gnädige Frau, aber das ist der neuste Walter von Herrn Willi Stelzer. Das gibt Ihnen noch lange kein Recht, hier herumzuklimpern. Also sehe ich Ihnen noch lange kein Kerner, dann gehen Sie zur neuste. Vielen Dank.